Ich will nicht mehr auf den Weg gehen. 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 Mama, wach auf! Wir machen jetzt den Affen! 100 Euro und so viel verdient keiner von euch am Tag mit Boxen! Ich suche Arbeit. Bist du Boxer? Wenn du willst, kannst du hier trainieren. Kostenfrei. Was läuft denn da bei euch? Mit dieser Familienkombination hier. Hunger wie ein Bär, ich kämpfe wie ein Möwe. Es soll geiles, was lässt mich liegen wie ein Möwe. Ich kann die ganzen Tiere mich töten. Ich setze gezielt hier, wenn ich mich nur bin. Ich habe dir gesagt, keine Arbeit für dich. Kein O.C. Joe. Frau Georgio muss eine feste Anstellung haben mit einem Mietvertrag, der auf ihren Namen bleibt. Ich setze gezielte Hübe, nimm mich nicht. Du musst das nicht machen, das weißt du. Ne? Ihr beide seid euch echt ähnlich. Ihr liebt das Boxen, aber vom Business habt ihr kein blassen Schimmer. Wenn es 1 zu 1000 steht, das ist deine zweite Chance. Und wenn du die willst, wenn du die willst, dann bin ich für dich da. Und jetzt... ...die Hauptsache der Nacht. A 10-Round Welterweight WIBF Championship. The Gypsy Queen! A 10-Round Welterweight WIBF! A 10-Round Welterweight WIBF! A 10-Round Welterweight WIBF! A 10-Round Welterweight WIBF! Vielen Dank.